Ja, es gibt modernere Leitbilder, aber eigentlich in meiner Zeit, wo ich mit Sto in Verbindung gekommen bin, war das für mich auch nach wie vor eine bedeutsame Aussage, wo Sto steht, stimmt die Qualität. Und das hat mich eigentlich immer begeistert und ich war überzeugt davon, auch durch das, was man gelernt hat und dann Schulungen mitgekriegt hat. Es sind die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, mit Motivation und die Eigenverantwortung erkennen. Natürlich ist es auch das Produkt und die Vielfalt dieser Produkte. Schöner Lebensabschnitt. Selbstständiges Arbeiten. Gelbe Eimer. Spannend. Ehrlichkeit. Fairness. Familiäre Firmenkultur. Sicherheit. Nachhaltigkeit. Gelb. Und Service. Weltmarke. Mein Mann Walter. Genauigkeit. Gestaltungsförderung. Humorvoll. Mensch.